. Trotz Blark Kühners Millionen, ihr Papa putzt für sein Geld. . Sie streitet um einen Millionenbetrag, ihr Vater arbeitet als Hausmeister. Blark Kühner, 29, hat sich als Videoclip-Girl einen Namen in den Staaten gemacht und häufte dank ihrer Beziehungen mit Rappertüger, 27, und Karl-Bassian Spross-Rob, 30, ein Vermögen an. . Doch mit ihrer Familie scheint sie ihr Geld offenbar nicht zu teilen, ihr Vater verdient sich nämlich unter anderem mit Putzen seinen Lebensunterhalt. Vater Eric Holland lebt von ab von den luxuriösen Hollywood Hills, er hat sich seinen Lebensmittelpunkt in Waldorf, Marüland aufgebaut. . Dort ist er laut Radar-Online in einer Schule als Hausmeister angestellt. . Zu seinen täglichen Aufgaben gehören unter anderem das Rasenmähen, Reparaturarbeiten in den Klassenräumen sowie das Putzen der Toiletten. . Obwohl sich Eric's Lieferstühle drastisch von dem seiner berühmten Tochter unterscheidet, ist er mega stolz auf sein Kind, all das hat sie sicher auch hart erarbeitet. . Sie war schon immer sehr ehrgeizig. Auch im Haushalt hat sie als Kind immer hart angepackt, schwärmt er von der 29-Jährigen. . Findet ihr, Kühner sollte ihr Vermögen mit ihrem Vater teilen? Stimmt im Voting ab. .